Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben halb acht morgens und heute ist Pandemonium-Tag. Ich bin Marco, 24 Jahre alt und werde euch ab heute so ein bisschen mitnehmen auf die ganzen verschiedenen Tours, die ich für Hardtours mache, um euch zu zeigen, wie das in den Bussen abläuft, wie viel gute Stimmung wir haben und vielleicht kann ich euch ja dazu animieren, demnächst auch selbst mit Hardtours unterwegs zu sein und vielleicht sehen wir uns sogar dann. So, da sind wir auch schon. Es ist nicht viel, was ich heute mitnehmen werde, es ist aber auch eine besondere Tour und zwar werde ich heute den Buzzshuttle machen. Das ist ein Projekt von Hardtours und Ruhrgebiet-Events und was das genau ist, wenn ihr das noch nicht kennt, das werde ich euch später zeigen, aber wie gesagt, dazu mehr später. Das ist mein Ordner, da drin habe ich auch Klemmbrett und sowas, da drin habe ich meine ganzen Listen für Kunden, Tickets etc., Voucher für den Busfahrer und sowas. Das ist so das Wichtigste, was ich auf meinen Touren brauche. Also, ich darf alles vergessen, nur diesen Ordner eigentlich nicht. Und da ich keine Lust habe, 10.000 Taschen mitzuschleppen, kommt das alles einfach in den Karton rein. Dann haben wir Flyer für die Army of Hardcore am 25.12.2019 in der Turbinenhalle. Ist immer cool, wenn Leute Flyer sammeln und so eben noch nicht haben. Hier habe ich so allerlei Krimskrams drin, von Eddings über ein kleines Messer. Bist du so einen Mundschutz, falls mal irgendwie Lebensrettungsmaßnahmen erforderlich sind, damit man Mund zu Mund beatmen kann, ohne direkt den anderen am Mund zu berühren. So, dann haben wir natürlich Mülltüten. Es gibt keine Party ohne Müll. Also, rein damit. Dann haben wir hier ein paar kleine, ja, Besonderheiten. So, wir haben Flaggen, Kugelschreiber, halt ein paar kleine Goodies, die als Geschenke in dem Bus da sind. Hier noch Flaggen für die Gruppenbilder, die wir dann später machen werden. Und das ist mein persönlicher Turmbeutel. Kann man auch erwerben auf der Hartus Homepage. Die kriegt ihr dann auch in den Bussen ausgehändigt. Falls es euch gefällt, einfach mal auf der Hartus Seite nachschauen. Alles dort zu finden. Noch den Klicker fürs Durchzählen optimal. Auch lebensnotwendig. Und ansonsten war es das. So, wir haben unser Zeug inzwischen fertig gepackt. Und ich würde sagen, wir können los, oder? Wir können los. Können wir los? Abfahrt. Bis später. Wir haben mal knapp 90 Kilometer, dann sind wir in Wesel am Betriebshof beim Buzz Shuttle. Und ja, Wetter sieht echt vielversprechend aus. Es ist leicht sonnig, es ist zwar wolkig, aber es ist nicht allzu kalt. So, ich glaube, das Wetter könnte echt schlimmer sein für die Jahreszeit. Und ja, die Town ist einfach so, die steigert sich von Kilometer zu Kilometer und wir haben richtig Bock auf die Tour. Ich glaube, das wird mega lustig. Hallo, wir haben es geschafft. Wir sind in Wesel am Betriebshof. Und ja, wir haben schon den Bus abgecheckt. Wir haben ihn angemacht, ein bisschen alles drin aufgeräumt. Anlage ist drin. Und ich würde sagen, kommt da einfach mal mit rein. Ich stehe jetzt hier vor dem Buzz Shuttle und wir starten unsere Tour jetzt. Ich bin hier noch gerade beim Busfahrer. Ich glaube, du hast genauso Bock wie ich. Und ich würde sagen, Abfahrt. So, wir sind in Duisburg angekommen und das Wetter spielt vollkommen mit. Wir haben schon ein paar Leute hier am Start. Wink mal. Hallo. 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 Gott, das ist einfach so Wahnsinn, in diesem Buzz Shuttle mitzufahren, den Begleiter dafür zu spielen. Das ist, es gibt nichts besseres. Moin. Da kommen die nächsten. Alexander. Be. Be. Da unten. Dankeschön. So, da kommt von dir bitte eine Unterschrift dort in dem Feld. Ja. Moins. Hallo. Herr Maurice. Und was erwartet ihr heute so von der Panemonium? Abfahrt. Abfahrt? Irgendwie, den ihr besonders gerne sehen wollt? Marker Cadipane. Bitte? Marker Cadipane. Tschüss auf jeden Fall. Viel Spaß. Ja, sag dir auch. Ja. Und was erwartet ihr heute so von der Panemonium? Buzz. 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 Ganz schön. Buzz. Ganz schön. Buzz. Ganz schön. Irgendetwas, wo ihr euch heute besonders drauf freut? PCP. PCP? Marker Cadipane? Ja. Ja, das höre ich heute schon zum zweiten Mal. Natürlich ist es wichtig, wenn man jetzt weiter fährt, alle Leute im Bus einladen. Mal eben kurz durchzählen. Und genau das werden wir jetzt machen. Leute! Alle langsam in den Bus rein! 20 Leute gezählt. Dementsprechend sind wir komplett. Und ich werde sagen Abfahrt! 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 Ja, wohl. Abfahrt! Abfahrt! Dann fahren wir mal! Wie mein McDonalds! Wie mein McDonalds! Abfahrt! 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 Okay! Abfahrt! Abfahrt niemals! Abfahrt! Neophyte und Billings. Warum? Neophyte, weil ich Neophyte seit zwölf Jahren höre. Moin, was geht ab? Alles gut bei dir? Hast du Bock heute? Ja, auf jeden Fall. Und du? Ich hab Geburtstag. Du hast Geburtstag? I'm a birthday bitch, ja? Alles Gute zum Geburtstag. Ja, genau. Fangen wir mal, wie alt ich geworden bin. Wie alt bist du geworden? Auf jeden Fall weniger als 30. Und du? Weniger als 30. 24. Was Bad bis heute? ZIA 5 1 2 2 Untertitelung. BR 2018 Ich habe ein paar deutsche Kollegen getroffen. Ja, was erwartet ihr heute von der Panamonia? Wie gefällt es euch bisher so? Auf jeden Fall besser als letztes Jahr und Knallgas oder nicht? Bist du mit Hartus heute hier? Nee. Nicht? Mit privaten Auto? Ja. Okay, mit Hartus schon mal unterwegs gewesen. Ja, sehr oft. Wenn ihr nicht im Hotel werdet, werdet ihr mit Hartus unterwegs? Ja, auf jeden Fall. 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 Oh Leute, Pandemonium, der Viertaku ist inzwischen drin, das ist auch mein letzter, der ist bei 10%, das heißt, Abschied nehmen, es ist absolut fantastisch, es ist mega geil, ich kann da nicht irgendwelche anderen Worte für finden, es ist geil, es ist Wahnsinn, in dem Sinne, ciao Kakao. Tschöne Mittel, habe ich lieb, Christian aufs ein bisschen und tschüss.